Mit der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft nimmt Viona Harrer an den Olympischen Spielen teil. Im Alltag ist sie das Pendant zum sprichwörtlichen Hahn im Korb, die einzige Frau in einer Männermannschaft. Denn Viona Harrer ist Torhüterin und steht beim Oberliga-Club EC Bad Tölz zwischen den Pfosten. Wenn einer ihrer Männer einen Schuss aufs Tor zulässt, ist die zierliche 27-Jährige zur Stelle. Früher ist es dann schon so, dass man erstmal so gemustert wird. Jetzt bin ich natürlich auch eher schmächtig von der Statur. Aber ich habe dann schon im Nachhinein gehört, als ich dich das erste Mal gesehen habe, da habe ich mir gedacht, die schieße ich ja raus. Aber mittlerweile ist man natürlich auch ein bisschen bekannt und hat sich ja auch bewiesen. 22 Hauptrundenspiele hat Harrer in der vergangenen Saison für die Tölzer Löwen bestritten und dabei einen beachtlichen Schnitt von nur 2,32 Gegentoren pro Spiel erreicht. Dabei profitiert sie von den professionelleren Trainingsbedingungen im Männersport. Der Frauensport entwickelt sich nur sehr schleppend weiter. Ja, fängt aber alles immer noch damit an, dass einfach viel zu wenig Mädels den Sport betreiben. Und ja, dass man auch international eben mit Schwankungen, mal läuft es ein bisschen besser, mal ist es ein bisschen schlechter. Aber so richtig vorwärts ist man eigentlich jetzt auch nicht gekommen, wenn man mal ehrlich ist, rein von den Platzierungen, die man so erreicht hat. Und naja, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn dann wiederum kein Erfolg da ist. Dann interessiert es natürlich auch niemanden. Dann gewinnt man auch so natürlich keinen Nachwuchs. Also das ist halt so ein Kreislauf, der schwer zu durchbrechen ist. Viona Harrer hat es geschafft, diesen Kreis zu durchbrechen. In Sochi ist sie mit der Frauennationalmannschaft den Männern sogar einen Schritt voraus. Die haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasst.